Mondwerkstatt Eine Geschichte, geschrieben und gelesen von Claudia Heimann Maggie ging gerade durch eine Straße ihres Heimatdorfes. Überall starrten die Nachbarn aus den Fenstern hervor. Sie sah an sich herab. Weshalb sie wohl starrten? Nackt war sie jedenfalls nicht. Je näher sie dem Haus kam, in dem sie aufgewachsen war, umso größer wurden die Augen der Nachbarn. Allmählich bekam sie es mit der Angst zu tun, weshalb sie ihre Schritte beschleunigte. Es dauerte nicht lange, bis der Himmel eine rötliche Farbe annahm. Dabei war es doch erst Mittag und eigentlich hatte die Sonne gescheint. Maggie sah nach oben und erschrak. Dort, wo die Sonne war, blickte ein großes, rotes Auge auf sie herab. Was war hier los? Gab es etwa eine Invasion von Aliens, die lediglich aus einem Auge bestanden? Gerade als Maggie losrennen wollte, um ins sichere Haus zu gelangen, war alles verschwunden. Die Straße, die Häuser und ihre Nachbarn. Und an ihrer Stelle tauchten überall Augen auf. Augen in allen Farben und Größen. Maggie kauerte sich zusammen. Angst brachte ihr Herz zum Rasen. Doch dann spürte sie eine angenehm warme Hand auf ihrer Schulter. Als sie aufsah, erblickte sie eine Frau. Sie trug ein langes, schwarzes Kleid und hielt in der anderen Hand einen alten Schäferstab, an dem eine Laterne baumelte. Eine sanft flackernde Kerze darin tauchte die Umgebung in ein angenehmes Licht. Das Gesicht dieser Frau konnte Maggie nicht erkennen. Dafür aber eine lilafarbene Mondsichel, die als Amulett einer Kette ihren Hals schmückte. Hab keine Angst, sagte die Frau mit mysteriöser Stimme. Ich beschütze dich. Das Nächste, was Maggie sah, war die Decke ihres Schlafzimmers. Schweißgebadet lag sie im Bett. Die ersten Sonnenstrahlen spitzelten zwischen den Vorhängen hindurch und ein paar Vögel begrüßten zwitschernd den neuen Tag. Maggie atmete tief durch und wagte einen Blick nach draußen. Sie war zu Hause in Hamburg. In ihrem wohlverdienten Häuschen. Irgendwo in der Nähe des Schiffbäcker Friedhofs. Warum hatte sie nur von ihrem Heimatdorf geträumt? Und dann auch noch so etwas. Das war wirklich ein sehr verrückter Traum. Sie schüttelte flüchtig den Kopf, stand auf und freute sich erst mal auf eine erfrischende Dusche. Der ganze Tag war seltsam. Wo sie auch hinschaute, überall entdeckte sie Augen. Mal als Foto, mal als schlichtes Symbol. Augen, bei denen sie das Gefühl hatte, sie würden sie anstarren. Jedes Mal lief es ihr kalt den Rücken hinunter. Abends im Bett freute sie sich, dass dieser seltsame Tag einfach nur ein Ende hatte. Morgen würde die Welt ganz bestimmt wieder anders aussehen. Doch sie hatte sich zu früh gefreut. Erneut war sie schweißgebadet aufgewacht. Maggie hatte denselben Traum wie in der Nacht zuvor. Selbst in der darauffolgenden Nacht und auch in der Nacht danach. Maggie war Ärztin. Sie glaubte nicht an irgendwelchen Hokuspokus, Magie, Flüche oder sonstige spirituelle Quacksalberei. Sie glaubte nur an das, was sie anfassen und sehen konnte. Doch nach wenigen Nächten zerrte die ganze Situation nicht nur an ihren Nerven. Sie bat eine befreundete Psychologin um Rat, die ihr lediglich eine Auszeit ans Herz legte, damit sie mal aus dem Trubel der Stadt herauskam. Erst lehnte Maggie ab, mietgroße Menschenmassen und sogar den Friedhof, über den sie sonst gerne spazieren gegangen war. Sie nahm sich lieber die Zeit, unterhaltsame Bücher zu lesen oder ein Bad zu nehmen, um zu entspannen. Doch nachdem der Traum jede Nacht aufs Neue kam, willigte sie schließlich ein. Sie nahm sich Urlaub und sämtliche Überstunden. Mit ihrem Wohnmobil fuhr sie ans Meer. Sie liebte die salzige Meeresluft und sammelte gerne Muscheln. Selbst als sie bereits eine Woche am Meer war, wollte der Traum sie nicht in Ruhe lassen. Genervt saß sie an einem Abend am Laptop und begann, aus purer Verzweiflung heraus, nach Traumdeutungen zu recherchieren. Das erste Ergebnis zeigte ihr, dass, wenn man von Augen träumte, es allgemein für Intelligenz, Wissen und Neugierde stand. Das traf es sie als Ärztin gewiss zu, aber half ihr nicht bei ihrem Problem. Des Weiteren hieß es, dass man sich selbst etwas verheimlicht. Sollte das der Fall sein, dann sollte man in der Wachwelt in sich hineinhören, sowie seine Gedanken und Taten beobachten. Maggie seufzte. Was für ein Blödsinn. Frustriert klappte sie den Laptop zu und sah nach den Nachrichten auf ihrem Handy. Ihre Freundin schrieb ihr auf Instagram und fragte, wie es ihr inzwischen ginge. Maggie antwortete knapp und scrollte anschließend den Bildschirm runter, um sich die verschiedenen Posts anzusehen. Nur halbherzig schenkte sie den Bildern ihre Aufmerksamkeit. Dann erblickte sie ein Bild zweier Kerzen, das über den Bildschirm huschte. Einen Moment lang stockte ihr der Atem. An den Kerzen hing je eine Mondsichel in lila. Dieselben, die die mysteriöse Frau in ihren Träumen um den Hals trug. Maggie tippte auf das Profil. Mondwerkstatt war der Name. Als sie die Beschreibung las, trang ein trockenes Lachen aus ihrer Kehle. Maggie, für dich, dein Zuhause und deine Seele. Magische Überraschungsboxen, Hexenboxen und Ritualsets. Sie hörte aufzulesen. Als ob, blaffte sie ihr Handy an. Du wirst mich wohl verarschen, wie? Doch irgendwie konnte sie ihren Blick nicht losreißen und sah sich weitere Bilder von ihr an. Dann erstarrte plötzlich ihr Finger. Ihr strahlte ein Bild mit zwei weiteren Kerzen entgegen. Auch diese waren mit Anhängern geschmückt. Anhänger mit einem Auge darin. Maggies Hände begannen zu zittern. Sie überflog den geschriebenen Text. Um sich gegen fremde magische Einflüsse und schlechte Energien zu schützen. Sie verzog das Gesicht, machte ihr Handy aus und kuschelte sich in ihre Decke. Magische Einflüsse und schlechte Energien, spottete sie. Dass ich nicht lache. Schlimm genug, dass solche Leute auch noch Geld damit verdienen. Sie drehte sich auf die Seite und schloss die Augen. Am nächsten Morgen wachte sie, wieder einmal schweißgebadet, auf. Doch dieses Mal war etwas anders an dem Traum. Als die Frau mit dem schwarzen Kleid und der lila Mondsichel um den Hals aufgetaucht war, verwandelte sich diese zu ihrer Großmutter. Erst vor einem Jahr war sie gestorben. Maggie hatte nur als Kind eine gute Verbindung zu ihr gehabt. Sie lebte die Geschichten von Feen, Elfen und Hexen, die ihre Omi, wie sie sie damals nannte, mit schauspielerischem Talent vorzutragen vermochte. Doch je älter Maggie wurde, umso weniger konnte sie damit etwas anfangen. Mit dem Medizinstudium war es dann endgültig vorbei und sie konnte dem teils esoterischen Gesäusel ihrer Großmutter nichts mehr abgewinnen. Der Traum allerdings brachte sie allmählich an den Rand des Wahnsinns. »Spring endlich über deinen selbst erschaffenen Schatten«, halten die Worte ihrer Großmutter durch ihren Kopf. »Was hat es nur zu bedeuten?«, fragte sich Maggie. Sie schüttelte den Kopf, schnappte sich ihre vorbereiteten Sachen und ging zu den Duschen des Campingplatzes. Hinter sich hörte sie das Rauschen des Meeres und freute sich darauf, weitere Muscheln sammeln zu können. Aber natürlich kam es ihr in den Sinn. Früher, als kleines Mädchen, war sie oft mit ihrer Großmutter Muscheln sammeln. Bestimmt war sie nur deshalb im Traum aufgetaucht. Schließlich wusste Maggie, dass das Unterbewusstsein solche Dinge gerne mal miteinander verknüpfte und in Träumen verarbeitete. Still nickte sie vor sich hin. So musste es einfach sein. Erst als ihre Großmutter ein weiteres Mal in diesem Traum aufgetaucht war, warf sie diesen Gedanken wieder über Bord. »Wenn du wirklich glaubst, ich bin eine Einbildung deines Unterbewusstseins, dann muss ich dich enttäuschen, meine Liebe. Dies ist nur leider der einzige Weg, wie ich zu dir durchkomme. Was braucht es noch, damit du ins Handeln kommst?« Diese Sätze seitens ihrer Großmutter der letzten Nacht verfolgten Maggie wie ihr eigener Schatten. Am Abend schob sie ihre Sturheit beiseite und bestellte kurzerhand eine der Kerzen mit dem Augenanhänger. In dieser Nacht sah sie wieder ihre Großmutter. Doch dieses Mal lächelte sie einfach nur zufrieden. Bereits zwei Tage später bekam Maggie die Nachricht, dass sie ihr Paket in der Postfiliale der nächsten Stadt abholen konnte. Abends saß sie neben ihrem Wohnmobil und blickte aufs Meer. Vor ihr strahlte das letzte Sonnenlicht in den Himmel und brachte die wenigen Wolken zum Glühen. Ein paar Knabbereien und die Kerze standen auf einem Tisch neben ihr. Noch wirkte die Flamme der Kerze unscheinbar. Doch sobald die Sonne vollends verschwunden war, kam ihr angenehmes Licht zur Geltung. Maggie sah in die Flamme. Für einige stille Augenblicke war ihr Verstand wie leergefegt. Die ganze Situation wirkte auf sie wie eine Szene aus einem schlechten Film. Wurde sie vielleicht doch verrückt? Auszuschließen wäre es nicht. Als sie aufgebrochen war, hatten ihre Blutwerte nichts Auffälliges gezeigt. Körperlich schien also alles in Ordnung zu sein. Die Kerze flackerte und riss sie aus ihren Gedanken. Maggie seufzte. Vielleicht war es an der Zeit, ihrem Großvater einen Besuch abzustatten, um Näheres über ihre Großmutter in Erfahrung zu bringen. Am nächsten Morgen kitzelte die Sonne an ihrer Nase. Die Kerze, die auf einem Teller die Nacht überbrannte, war mittlerweile erloschen. Verwundert runzelte Maggie die Stirn. Sie war weder verschwitzt, noch konnte sie sich an diesen Traum erinnern. Sie hatte irgendwas von einem Wald und einem Lagerfeuer geträumt. Sie stand auf und fühlte sich wie neu geboren. Nach dem Frühstück packte sie ihre Sachen und fuhr los. Für einen Moment hatte sie gezögert und überlegt, einfach noch etwas hier zu bleiben, doch sie hatte kein gutes Gefühl dabei gehabt. Darüber hinaus wollte sie jetzt mehr über ihre Großmutter erfahren. Bereits drei Stunden später fuhr sie auf das Grundstück ihrer Großeltern. Seit sie denken konnte, lebten sie hier. Das Haus hatte nichts an seiner Magie eingebüßt und wirkte auf sie nach wie vor, als entsprünge es aus einem Märchenbuch. Rosen wuchsen neben der Haustür an der Wand nach oben und hatten bereits ein gutes Stück Außenwand für sich beansprucht. Maggie parkte das Wohnmobil, stieg aus und ging zur Tür. Die Elektrizität war hier spärlich verlegt, weshalb man an einer echten Glocke klingeln oder an dem Türklopfer klopfen musste. »Ich bin im Garten!«, hörte sie ihren Großvater rufen. Über den kleinen, wild gepflasterten Steinweg gelangte sie hinter das Haus. »Maggie!«, begrüßte sie ihr Großvater freudig. »Das ist ja eine Überraschung!« Er zog seine Gartenhandschuhe aus, kam zu ihr und nahm sie in den Arm. »Hallo, Opa!« »Was verschafft mir die Ehre, dass mich meine Enkelin unvorhofft besucht?« In seiner Stimme war eindeutiger Sarkasmus zu hören. »Darf ich nicht einfach so meinen Opa besuchen kommen?«, konterte sie. Ihr Großvater runzelte die Stirn und sah sie skeptisch an. »Natürlich darfst du! Das weißt du doch!« Er lächelte sanft. »Lass uns erst mal reingehen!« Gemeinsam betraten sie das Haus. Maggie bemerkte Symbole oder Runen, wirklich unterscheiden konnte sie es nicht, die kaum sichtbar auf den Türrahmen geschrieben standen. Seit dem Kauf der Kerze war sie etwas sensibler für solche Dinge. Drinnen roch es wie eh und je nach Kräutern, Weihrauch und Räucherstäbchen. »Rosenblütentee?«, fragte ihr Großvater. Sie nickte. Diesen Tee trank sie hier am liebsten, da er ihr hier einfach am besten schmeckte. Nachdem sie am Tisch saßen, sah sie ihr Großvater an. Seine Augen wurden schmal. »Und was ist der wirkliche Grund, weshalb du hier bist?« Maggie blickte kurz zu ihm auf. Danach beobachtete sie den Dampf ihrer Tasse und zog den lieblichen Duft der Rosenblütenblätter ein. »Es ist wegen Oma«, begann sie kleinlaut. Saß sie gerade wirklich hier und würde gleich ihren Großvater nach ihr fragen, ob sie sowas wie eine Hexe gewesen war? Das konnte doch alles nicht wahr sein. Ihre ganze Überzeugung rebellierte dagegen. »Ich verstehe schon. Warte kurz hier.« Mit diesen Worten stand er auf und ließ sie allein am Tisch zurück. Sie hörte die knarzenden Holzstufen, als er in den ersten Stock ging. Kurze Zeit später kam er mit einem alten, dicken Buch zurück und legte es vor ihr auf den Tisch. Sie spürte seine warme Hand auf der Schulter und sah zu ihm auf. Er lächelte und nickte ihr zu. »Wenn du mich brauchst, ich bin im Garten.« Er streichelte sie sanft und verschwand nach draußen. Nachdem er nicht mehr zu sehen war, wandte sich Maggie dem Buch zu. Der Einband war aus braunem Leder und sehr gut gepflegt. Sie schlug es auf. Das erste, was zum Vorschein kam, war ein Brief, auf dem »Für Maggie« stand. Verschlossen mit einem altertümlichen Siegel aus Siegelwachs. Mittlerweile wunderte sie gar nichts mehr und ohne groß zu überlegen, brach sie es und holte ein handgeschriebenes Blatt Papier hervor. »Liebe Maggie, wenn du diese Zeilen hier liest, lebe ich schon lange nicht mehr. Wenn Opa dir diesen Brief und auch das Buch gegeben hat, bedeutet es, dass meine Schutzzauber für dich nachgelassen haben. Vielleicht hast du eigenartige Dinge gesehen, seltsame Träume gehabt oder dich haben Tiere verfolgt. Wenn dem so ist, dann solltest du dich mit der Gabe unserer Familie auseinandersetzen. Deine Mutter wollte, genau wie du, mit all dem nichts zu tun haben. Allerdings überspringt die Gabe manchmal eine Generation. So wie auch bei deiner Mutter. Doch du hast diese Gabe. Du solltest wissen, dass wir Heiler sind. Was glaubst du, weshalb du erfolgreiche Ärztin geworden bist und schon früh sein wolltest? Doch diese Gabe zieht auch das Böse an. Warum es so wichtig ist, dass wir uns schützen. Ich werde auf dich Acht geben, so gut ich eben kann. Doch jetzt ist es an dir, unser Vermächtnis fortzuführen. Dein Opa kann dir leider wenig helfen, da diese Gabe immer nur den Frauen weiter vererbt wird. Suche dir daher am besten jemanden, bei dem du ein gutes Bauchgefühl hast. Ich weiß, das ist alles etwas viel für dich, zumal du nicht daran glaubst. Doch ich bin an deiner Seite. In Liebe, deine Oma. Maggie starrte auf das Papier. Ihre Großmutter meinte es wirklich ernst. Zaghaft blätterte sie in dem Buch herum. Zeichnungen von Kräutern, Rituale, seltsame Symbole, Runen und vieles mehr erhaschte ihr Auge. Schlagartig klappte sie das Buch zu. Das war zu viel für sie. Am liebsten wäre sie wieder gefahren, doch sie war viel zu müde. Sie beschloss, ihrem Großvater im Garten zu helfen und eine Nacht hier zu bleiben. Morgen würde sie entscheiden, was sie mit dem Rest ihres Urlaubs anstellen würde. Als sie am nächsten Tag schweißgebadet in ihrem Wohnmobil, das Gästezimmer wurde gerade renoviert, aufwachte, zappelte sie einmal kräftig mit ihren Beinen. Der Traum war zurückgekehrt. Und auch ihre Großmutter war wieder erschienen. Ich unterstütze dich, wo ich kann, hatte sie gesagt. Maggie setzte sich an die Bettkante und starrte irgendwo ins Leere. Anscheinend hatte sie keine andere Wahl, als sich mit all dem auseinanderzusetzen. Nicht, wenn sie wieder ruhig schlafen wollte. Sie beschloss, für den Rest ihres Urlaubs bei ihrem Großvater zu bleiben und alles über ihre Großmutter in Erfahrung zu bringen. Zusätzlich würde sie sich mit der Frau von der Mondwerkstatt verbinden. Die Kerze hatte ja wunderbar funktioniert. Bestimmt konnte sie von ihr noch das ein oder andere lernen. Nach dem Frühstück unterbreitete sie ihrem Großvater ihr Vorhaben. Dieser grinste dreist. Dann wird meine kleine Maggie also endlich eine waschechte Hexe. Maggie verzog das Gesicht und nickte widerwillig. Dann wird sie ein bisschen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.